Hallo, ich bin Holger Behrendt, bin hier in der wunderschönen Fischbecker Heide bei Hamburg. Wir haben sogar ein bisschen Sonne heute. Ich liebe die Natur, ich versuche umweltverträglich zu leben und lade Sie herzlich an die Waschkugeln, mit der ich super Erfahrung habe, einfach auszuprobieren. Ich freue mich auf Ihre Nachricht.